Hallo zusammen und Willkommen bei TDT Wölfe greifen an, my lord! Diesmal wieder mit dem gesamten Rudel, die gesamte Runde, hoffe ich, dass keiner DC hat, und normal. Hallo. Hi. Link, hallo. Hey. Wie mach ich Taschenlampe an? F. F, 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 F. F für Taschenlampe. Ah, Taschenlampe. Flashlight ist gar nicht mal so dumm. Ja, ich weiß, dass das Flashlight heißen soll. Sollte witzig sein, war's nicht? Nein, nicht wirklich. Da du gerne mal behauptest, du weißt nicht so gut wie so, und im Englisch weiß man ja nie, ob das bei dir so stimmt. Ich bin nicht so gut wie so, was soll das denn heißen? Hast du immer selbst behauptet. Du merkst es auch schon in seiner Aussprache. Und Flashlight-Witze hatten wir auch schon in der ersten Episode. Ja, das stimmt. Ja. Als ich sterbe, dann habe ich mich shotgunnt. Bruder, Sepp, er steht hinter dir! Ah, ja. Jetzt ist es 2 gegen 1. Ey. Du musst mir sofort wieder schockieren. Nein! Das ist Fräulein. Äh, love it. Und? Ähm, okay. Ähm, ja, super. Ich habe einen Schuss gehört. Also? Ja, das war der Baron. Das Volleinwürft mit... Ja, er ist es, er ist es. Hab ich angeschlossen. Ja, er hat mich gerade voll mit der Schmutter angeschossen. Oh ja, hier ist Blut! Okay, ich geh auch mal hoch. Vielleicht erschießt er mich auch. Äh, ich hab doch... Ich wollte daneben schießen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte mich nicht geschossen. Du wolltest einen D erschießen? Warum? Ist bei mir! Ähm, mir hat es gerade umgefallen. Ähm, ja, warte, warte, warte. Der Baron hat sich nur gewehrt. Das stimmt. Das stimmt. Ich stand daneben. Okay, sie war innocent, aber... Ich wollte nur leben. Weil es könnten Sepp und AD sein, die zusammen hier oben rumtanzen. Das wäre echt clever, aber leider bin ich es nicht. Ich auch nicht. Ah, doch! Es ist AD! AD ist es. Ja, ich weiß. Aber die anderen sind tot. Oh! Ich sag gerade noch, äh, Normal ist bei mir und sterbt direkt. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Aber... Ich bin halt auch Traitor gewesen, ne? Ja. Ich auch. Das war eine schöne erste Runde. Ja. Das war furchtbar. Weil du das vor deinem abgeknallt hast. Ja, aber... Sie rennt ja auf mich zu und schießt. Was soll ich denn tun? Ich hab nur daneben schießen wollen. Ja! Mit 0 Zentimeter, dann hast du recht. Ja. Dann glaub ich dir. Ja. Ich möchte nur daneben schießen, wenn die Runde anfängt. Soll ich dir noch ein bisschen Pfeffer besorgen? Dann könnt ihr kochen. WTF? Innocent. Und einer von ihr ist Traitor. Ich wär fast auf dich drauf gesprungen, wenn du nach oben geschossen wärst. Wenn du das hingekriegt hättest. Der Baron wird eine große Granate. Naja, du hattest die Huge in der Hand, Sepp, oder? Hm? Du hattest die Huge, Sepp, oder? Äh, ne, 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 ne. Aber der Baron hat eine Brandgranate geworfen. Ja, ich glaub immer. Wer ist jetzt da oben? Ja, der Baron ist hier. Warum komm ich hier die... Ach so, weil ich das... Sepp, hör auf! Was mach ich denn? Da zieht jemand durch. Was für random. Okay, wer ballert hier den Auto. Muss diese Kack-Huge-Polos werden, die ist Mist. Sie weint, Kling. Hörst du es nicht? Der Baron kauft. Du kannst mich unmöglich sehen. Er hat es nicht geleugnet, er schießt ihn. Der Baron hat jemand erschossen. Eigentlich ist jemand tot. Das ist der D. Wo? Dann war es wahrscheinlich Kling. Warum bin ich es jetzt wieder? Weil Kling kam als letztes zu uns. Es war der Baron, ich hatte recht. Normel ist bei mir, ne? Weil Kling kam als letztes zu uns. Ja, bei Normel ist... Kling, Normel oder das Vollein? Da Vollein das im Körper gefunden hat, würde ich sagen Normel oder Kling. Einer von beiden. Gut. Kann man die Kling suchen. Was ist, wenn sie ihn nicht gemacht hat, weggelaufen ist und wieder hingelaufen? Ich war die ganze Zeit hier. Achso, gut. Also Kling, oder? Genau. Oder du? Also Kling. Aber wo ist er? Keine Ahnung. Eventuell ist er auch schon tot. Oh, er schießt auf mich. Der Markt ist ganz gut. Der Markt ist ganz gut. Der Markt ist ganz gut. Ah, Schaffetten, ja. Ah. Ah, zwei auf einen. Ah, ja, waren noch drei Leute. Ich hab doch noch gesagt, Kling ist es. Dann hat er mich geentschuldet. Weil die scheiß Tür nicht aufkriegt. Hat keiner mitbekommen auf dem Dachboden. Oh Gott, Freude, Freitag, bitte schon die gleiche gefunden. Ich hab ihn gefunden. Aber du hast nichts gesagt, Baron. Hä, ich hab doch gesagt, ich konfirme ihn. Wie wichtig er ist aber noch. Das stimmt. Dieses typische, ja, Kling ist es. Und dann, äh, ich hab mich da eigentlich noch gar nicht... Kling ist es, aber ich muss ja schnell weg. Aber ich krieg die Tür nicht auf, hab ich gemerkt. Ich hab mich da noch gar nicht in einer Form verdächtig gemacht. Du schreist einfach nur, irgendjemand ist es und dann war's das. Nein. Du hast dich verdächtig gemacht. Mir war's klar zu 90%. Ja, das ist immer alles irgendwie nur so knapp klar. Ja, man muss dem Irrtum immer eine Chance lassen. Dann, dann sag mir mal, womit ich mich verdächtig gemacht hab. Oh ja. Naja, ich hatte mit einer Shotgun eine Rifle und du bist auf Kuschelkurs mit mir gegangen. Mit einer Rifle, ja, das ist natürlich immer die perfekte Kuschelkurs-Taktik. Ja, also wenn, äh, einer eine Shotgun hat, dann würde ich dich mit einer Rifle Kuschelkurs machen. Wollt ihr euch noch weiter sprechen? Niemand wurde gerade mit einer Shotgun erschossen. Kling und AD haben beide eine Shotgun. Ich hab, ich hab ne Leger. Aber ich war die ganze Zeit hier oben. Ich war vorhin, hinten in diesem kleinen Gang, wo letztens, äh... Was? Ich hab ne Leger. Ich hab ne Leger. Ich wollt mir zeigen. Mein Gott. Ich hab die ganze Zeit oben. Trepp, ich bin immer noch hier oben. Wie am Anfang. Ja? Lass mich mal gerade deinen Shotgun bitte checken. Kannst du gerne machen, äh... Wunder. Der gibt die mir doch nicht wieder. Na, sie ist vollgeladen. Wenn du sie mir wiedergibst, kannst du die gerne checken. Ich hab mich nicht von hier oben weg bewegt. Okay, wo bist du? Okay, ähm... Habt ihr euch? Ja, die ist voll. Das war ein Baby. Das war ein Baby. Das war ein Baby und drei Leute sind hier. Kling, Fräulein und ich. Kling daran, ne? Ich wurde... Er ist ein Zweigling, stimmt. Doch. Ich erinnere mich. Strasse ist nichts. Ich sag gerade schon wieder der dummer D. Ich sag gerade, es sind zwei. Sorry, Barron. Kein Ding. Das war ein bisschen hinterhältig. Ja, es war nicht hinterhältig. Ich... 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 Ich sollte dich erschießen. Na, naja. Zu spät. Eigentlich gab's zwei Sachen, an denen man denken sollte. Wenn ich mich nicht irre, wenn das Baby, auch wenn es schon am Boden liegt, kann einen auch töten, wenn man draufläuft. Oder nicht? Echt? War's nicht so glaubwürdig, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, es ist schon mal passiert. Ich glaub, da war das noch so ein bisschen... Ist dann eher so ein bisschen glitchy, denk ich. Ist das nicht mal, äh, um die Ecke geflogen oder so? Ja, das ist es auch. Weil, äh... Das ist doch mal um die Ecke mir ins Face geflogen. Ich glaub, da war mal was. Weil irgendwie die Tür aufgemacht hat, in dem Moment, wo das Baby dagegen gekriegt hat. Frag mich, ob der Poltergeist das Baby wieder durchmachen kann, wenn es das in Bewegung kommt. Ein normales. Könnt ihr ja mal eine ausprobieren. Sepp ist bei mir mit der Negev, das gefällt mir nicht. Ja, ich suche eine Deagle, aber irgendwie hast du die, glaub ich, genommen. Ich hab hier oben keine Deagle. Äh, jetzt bin ich bei AD. Irgendwie liegen heute die Runde so, keine Shotguns hier. Der Link ist bei mir. Ich hab einen. Ja. Ich hab auch keine gefunden. Kein Glück gehabt. Ich bin die ganze Zeit Rife. Okay. Sepp und ich tauschen eine Freundlichkeit nach. War das eine Negev? Oder war das eine Huge? Negev. Warum bist du so Huge versessen? Kannst du mir das mal verraten? Ja, ganz ehrlich. Das versteh ich nicht. Das ist verboten. Ich bin die Huge versessen. Nur mittlerweile, weil er am Schlamen immer so toll ist, hab ich irgendwie schon so ein kleines bisschen das Gefühl, dass er das extra macht. Wie kommst du darauf? Nein, ich mein jetzt generell. Jedes Mal, wenn ihr die Huge aufhebt, dann hat das irgendwie ein Hintersicht. Du hast gerade mit Huge angefangen. Ja, weil ihr mich damit reizt. Zum dritten Mal. Nur damit ihr nicht glaubt, dass ich tot wäre, weil ich so gerade... Ah, die Huge reizt dich also. Die Huge ist beim AD wieder. Ja. Denke auch, dass es AD ist. Nein. Bin mir zu 50% sicher. Ich wage sogar 65% zu sagen. Danke. Das erhöht meinen Verdacht auf 55%. Licht aus. Bestimmt aber nicht. Scheiße. Licht ist aus. Äh, Norman hat Licht aus gesagt, bevor Licht aus war. Hä? Ja. Ja. Ich dachte, es wäre... Sehr gut. Seth hat, äh, irgendjemand geschlagen. Mensch, petzt doch nicht direkt. Ah, der hat doch... Ich hab ihn geschockt. Boah. Wir haben alle ganz langsam die Leiter runter. Was? Jedes Mal, wenn ich die Kack-Waffe wechseln möchte oder sowas, fängt er direkt an zu ballern. Link ist es, er schieß. Na, Spaß. Er lebt denn alles noch. Ich. Ich lebe noch. Warum ist er... Warum ist er... Komm, ich hab AD nur einen kleinen Loftab gegeben. Der kann nicht tot sein. Der AD ist ein bisschen buttered. Ah, weil ich ihn am Watt gefällt. Ah, ich würde irgendwas da weggehen, ne. Denkt dran. Die Dinger sind gefährlich. Was? Naja, stimmt. Die Kronlechter sind Traitorfallen. Ja. Die Fallen können runterfallen gelassen werden. Genau. Ich wurde ja schon mal dadurch umgebracht. Ich weiß nicht, ob's im LP war, aber... War nicht schön. Es war peinlich. Ähm, geht die Tür nicht auf? Doch. Komm mal, AD, AD ist hinter mir. Ich hab Angst. Weil du mich gehörtet hast. Dass ich mich recht schlecht klinge. Ich glaub, AD kommt gleich hier rein. Ich hab Angst. Ja, AD hat grad ne Granate da hingeschmissen. Ich bitte weggehen. Ja. Ja, würd ich auch. Oh. Mhm. Ich hab Schaden bekommen. Ja, und das Chandelier ist auch untergefallen. Ey, Norman, lebst du noch? Auch? Ja. Ich glaub nicht, dass es das Fräulein ist. Das werd ich wahrscheinlich noch bereuen. Aber ich glaub es nicht. Ich war's nicht. Ich hab Schatten. Du hast Schatten? Schatten? Sie hat einen Schatten. Oh mein Gott. Fies. Nein, ich hab eigentlich keinen Schatten. Ich hab ihn weggemacht. Traitor haben keinen Schatten. Okay, sie ist also der Teufel. So ein Vampir. Ja, ja. Ich glaub, das ist wieder das Adelspärchen. Ich geb's hier irgendwo einen. Oh Gott, da ist ja einer. Mal geh du zuerst runter oder lass mich da hin? Ich bin's nicht. Ey, da komm. Irgendwann hat's gerade geschossen. Ja, sieh, wer ist das Adelspärchen? Das war nur noch einer. Das war kein Schuss. Ja, ich mein euch. Also, Baron ist es, glaub ich. Ist schon wieder? Schiemlich sicher, ja. Da bin ich mir recht sicher. Okay, ich vermute, die lösen wir ihn noch nicht einfach rum. Das ist jetzt ein Schuss ins Blau. Du hast ja noch nicht so besonders viel gemacht. Ach, das ist jetzt so ein bisschen Ausschlussverfahren. Welches Aus... nach welchem Ausschlussverfahren denn? Nach seinem. Jetzt ballern die sich... oder hauen die sich gegenseitig da einer rein. Ah, der hat den Baron geschlagen. Hä, ist sehr fiest. Hä, hab ich gar nicht. Ach nee, Normal ist es. Ah, da steht... Warum wird Normal immer mit mir verwechselt? Der hat einen viel längeren Namen, ohne Zahlen. Ist hier dann auch sicher? Kann mich jemand schubsen? Ich weiß es nicht. Ich bin mit zwei Leuten ein Mann, aber es können beide Strater sein. Ich hab Angst. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht so besonders sicher. Oder du. Ich bin innocent und angeschlagen. Was hast du denn überhaupt? Ich kann ihn nicht schubsen. Und angeschlagen. Ich kann ihn nicht schubsen. Hilfe, ich stecke. Schub ihn mal. Schubsen? Warum? Ja, ich kann ihn nicht. Es geht aber nicht. Ist das Duck? Ja, ich häng hier in der Ecke. Warte Sekunde. Jetzt keine Panne kriegen. Ich schieße auf den Schrank. Warte Sekunde. Ich schieße auf den Schrank. Warte! Hey! Das ist der Adi. Das ist Baron. Trifft zwar nicht, aber es ist. Warte, der Koffer. Okay, das ist also der Baron. Warte, wieso ich? Geht immer so schön an die Ecke. Na ja, du bist hurt. Ja, weil du bist geil. Klink, klinkst du noch? Klink. Ja, was? Okay. Das ist Sepp und Frau, der Freitag zum Proof. Wo fand denn? Na ja, wir haben ihn nicht erschossen, aber ob uns das Proof, ich weiß nicht. Wen haben wir nicht erschossen? Ja, mich, wo ich da in der Ecke festhing. Ich glaube immer noch, dass... Ne, es sind Adi und der Baron. Nein, ich bin sicher... Das Ad ist es glaube ich mittlerweile immer mehr, aber ich bin es nicht. Du hast immer so einen leichten Sarkasmus in der Schrank. Ist das normal, dass man hier durchs Geländer laufen kann? Ja, den habe ich auch sonst immer. Ich denke einfach nur, es ist Adi. Passt auf, ich erschieße jetzt einfach Adi. Nein! Nicht schon wieder, nein! Geht mich durch, danke. Okay, normal. Ja komm, jetzt bin ich ein Zauberer. Wolltest du mich grad noch sagen? Nein, bitte. Ich erschieße sich erst, wenn wir einen später gefunden haben. Wer lebt denn jetzt noch alles? Adi? Ja. Ja, wenn du jetzt innocent bist, dann... ...töte ich dich, ich werde von random Leuten umgebracht... Ah, da ist er, äh, Entschuldigung. Ist der Kronleuchter safe, oder? Äh, weiß ich nicht, ich würde nicht reinlaufen. Okay, Sepp ist... Ah, er scheint noch safe zu sein. Nein, ich bin es nicht, ich hab nur viel zu viel Spaß. Ich bin bei Adi, ich hab Angst. Sepp hat mich jetzt schon auf 39... ...einer muss uns hier rauslassen. Ich hab keine Lust gesandwischt zu werden. Also... Ey, geht raus. Ey, geht raus. Wo zum Teufel seid ihr denn? Die sind... Ja, ich seh schon. Ey, pass auf, Feuerfallfall. Pass auf. Oh ja, Wundervoll, ich bin auf 13 live. Hab dich gewarnt. Ey. So, weil ihr euch jetzt wirklich allesamt gegenseitig... Ab. Äh... Ne, die sind voll ganz seltsam. Ey, Sepp haut mich zu, obwohl ich auf 9... Also wenn er, wenn er 13 live hat und noch lebt... Kling! Was denn? Ich bin gerade bei Sepp. Was? Weil, man kriegt von einem Crawler-Hit 20 Schaden. Dann musst du eine Dings haben. Der Baron ist tot. Okay. Ja. Wer war in dem Raum? Das war nicht der Baron. Ja, er war hinter mir. Also muss derjenige, der ihn gerade gefunden hat, ihn auch umgebracht haben. Ich glaube, das war das Vorher. Ich hab ihn nicht umgebracht. Wer dann? Keine Ahnung? Ich war's nicht. Aber sie hat eine Shotgun. Wirf sie weg und zeig, wie viel Schuss du hast. Detective AD ist sehr unproduktiv. Okay, jeder hat eine Shotgun irgendwie. Achso, ja, Klink und Fräulein ist mein Tipp. Aber mir fehlen ein paar Schuss, aber ich hab andere Sachen angeschossen. Jetzt werde ich natürlich umgebracht, ne? Aber hier. Ich hab schon mal auch von irgendjemand anderen die Schrot finde, weil meine hat nur noch 7. Also, Nachladeschuss. Statt 24. Keine Ahnung, wer da so dermaßen rumgepullert hat. Ich puller. Ja, du pullerst. Oh, Baby. Baby. Wer? Ich hab Klink getötet. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich geh schon. Ah, hör auf. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es. Bleib mal kurz in dem Raum drinnen. Okay. Ja, wir sind die letzten beiden. Du bist es. Danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, es rauszufinden. Oh. Oh Mann. Die Idee war echt gut. Welche Idee? In die Luft zu jagen, sobald er reingeht, aber er ist leider einen Schritt zur Seite gegangen. Ja. Ich hab irgendwie nicht damit gerechnet, dass er direkt hinter mir steht. Was war jetzt das für ne Logik, Zip? Oh, du hast nur 13 Leben. Du bist ein Prater. Ich weiß nicht, ich wollte einfach irgendjemanden mit meiner Crowbar schlagen. Und dann hast du dir den mit 13 Leben ausgesucht. Nein, ich bin, wie sagt man, konsequent geblieben. Warum? Ja, ich hab ihn ganz zu Anfang gehittet, als er noch volles Leben hat. Okay, ich bin beim Baron. Mhm. Mich hast du auch gehittet. A.D. ist auch dabei. Hey. Oh, die war gut, die nicht. Ähm, ich... Da sch... Ah! Ey! Ganz ruhig! Au! Was darf man? Au, jetzt wurde ich fast vom... Wer war das denn jetzt? Au! Au! Zwei Gott! Zwei Gott! Oh! Er ist auf dem Dachboden. Mit deiner Waffe. Ich verfolge jetzt A.D. Warum? Ich... Auf mich wurde geschossen. Das heißt nicht, dass du unschuldig bist? Doch, in der Regel heißt es, dass du unschuldig bist. Ja. A.D. Ja. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es der Baron ist. Ist er. Er hat es für mich fast gekillt. Ich... Ich habe dich nicht angerührt. Lass mich in Ruhe. Mann, du schiebst nicht Schuss auf mich. Du hast Brandkanaten auf alle Leute geworfen. Ich habe übelst viel Schank passiert. Ja, Fräulein ist bei mir. Ich bin mit einem Schuss tot. Egal auf was. Selbst wenn es Wattebäuchen sind. Ich wurde gebabied. A.D. Wurde gebabied. Es ist der Baron, der Baron, der Baron. Und das Baby töte mich, wenn das überläuft. Wo seid ihr? Oben, bei dem Schlafzimmer, wo das Baby ist. Das weiß ich. Ja, gut. Ja, confirmed war es der liebe Baron. Aber A.D., ich habe dich wirklich nicht angewöhnt. Ja, aber ich bin runtergefallen. Darum wollte ich die Schuld auf dich schief. Ähm. Was hättest du an meiner Stelle getan? Was hättest du an meiner Stelle getan? Der böse Baron hat einfach seinen Traitor-Kollegen angezündet. Ich habe nicht gesehen, dass du da unten stanzt. Eigentlich hätte ich gehofft, ich treffe Normus. Das war alles. Gut, letzte Runde. Sepp führt mit 32 Punkten. Nimm mal 32 Punkten. Ja. Klink, wollen wir die Waffen tauschen? Guck mal, was ich hier habe. Ich banne die Kaufen dazu. So, ich habe wenigstens eine brauchbare Waffe gefunden. Und bin in der letzten Runde schon wieder in der ersten Runde. Okay, warte. Sepp und Normal. Bin mit Klink und Normal hier auf dem Dach. Oh, das ist nichts aus. Mach doch nicht immer das Licht aus. Das ist zu viel Lust, Dicke. Ich... Oh, ich dachte schon, ich steck fest. Das wäre jetzt... Na? C.A.D.? Hm, ich habe dich auch gesehen. Ähm... Ah. Nicht C.A.D.? Er hat wiederum gespackt. Kann man die, kann man die eigentlich auch abschießen? Er schießt da. Nee, geht nicht, schade. Ey, ey. Schmeiß nicht wieder mit dem Zeug um dich herum. Das ist... Gibt für dein Vertrauen. Oder für deine Vertrauensmöglichkeit. Ach, komm. Aber hier ist ein Aden. Und der zieht auf mich. Ich will hier weg. Mach es weh, schlag ihn mit der Crowbar. Dann wärt er sich nicht. Verdammt. Wer? Der Baron. Ah, da ist gerade ein, äh, ein, 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 ähm... Der Baron hat wahrscheinlich gerade ein... Nein. Komm, ganz ruhig, ganz ruhig. Atme tief durch. Kronleuchter. Ich will einen... Kronleuchter runterfallen lassen. Ja. Und da ist wieder Feuer. Und da ist wieder Feuer. Ja, deswegen sag ich, du bist es nicht. Weil es mir auch geil aufgeschlagen ist. Incendary. Warum solltest du... Adi ist bei mir. Na, du hast keine Waffe. Ja, ich weiß. Ich hab ne Diegel. Pass auf. Ey, Sepp, ich lag und ich töte dich. War dein Freitag? Ja. Na? Der Baron will mich umbringen. Hm? Zu Recht wahrscheinlich. Sepp ist auf dem Dachboden. Mit mir. Nein, ich will... Warum hättest du nicht mein Versteck? Ey, wie macht man das so schnell? Hä? Sepp, ich will dich nicht umbringen. Ich töte dich nur, wenn du... Ey, hier ist ein Waldkronleuchter runtergefallen. Aha. Da war das übrigens auch da. Okay. Sepp hat mich angefangen. Er will mich töten. Er rett mich, Kling. Ach, sorry. Ach, sorry. Ach, sorry. Komm wieder, du Bastel. Ey, das ist Freude und Freitag. Wo ist... Warum? Ich schieße auf dich, weil du... Oh, Sepp. Mach doch was. Oh, das ist normal. Das ist normal, er hat ein Baby geschehen. Hä, was? Moment. Was soll das vor der Freitag? Ach. Warum sind denn alle da? Ich wusste, dass in dem Moment, wo du die Deagle gezogen hast und gesagt hast, ich hab nur ne Deagle. Ich wusste, ich krieg Baby in die Fresse. Ich vermute, es ist das vor ein. Ich wusste, ich auch. Und ich weiß nicht, was mich gefühlt hat. Oh Mann, der war so low. Sei froh, dass ich dich nicht gewonnen hätte. Das war so klar. 46 Punkte hat Sepp. Ich hab ihn nicht gesehen. Gratulation zum Sieg. Danke, danke. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich wusste, dass mich ein Baby töten würde.